Vor nicht allzu langer Zeit war El Salvador eines der kriminellsten Länder in Lateinamerika. In weniger als einem Jahr ist es El Salvador gelungen, seine Mordrate zu halbieren. Das ist eine beachtliche Leistung, über die die meisten Salvadorianer glücklich sind. Also, wie haben sie das geschafft? Wie hat El Salvador seinen Krieg gegen einige der gewalttätigsten Banden gewonnen, die nicht nur Lateinamerika, sondern die Welt je gekannt hat? Könnten die Vereinigten Staaten von Amerika etwas aus ihren Bemühungen lernen? Um die Banden zu besiegen, haben sie getan, was man von jeder vernünftigen Regierung erwarten würde. Sie fingen an, Verbrecher einzusperren. Einfach, oder? Nicht genau. Die Regierung von El Salvador hat nicht nur ein paar Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Sie begann, zahlreiche Verbrecher einzusperren. Zehntausende von ihnen. Und das alles in recht kurzer Zeit. Fast 70.000 Menschen wurden in weniger als zwei Jahren in einer anhaltenden Welle von Durchsuchungen und Razzien orchestriert von hoch ausgerüsteten Militär- und Polizeikräften festgenommen. Dies hat einen massiven Einbruch in El Salvadors berüchtigtes Bandengewalt- und Zugehörigkeitsproblem verursacht. Aber diese enthusiastischen Razzien haben auch die Notwendigkeit für sogenannte Mega-Gefängnisse geschaffen. Und dieser relativ kleinen Nation von rund 6,5 Millionen Menschen die Ehre verliehen, die höchste Inhaftierungsrate pro Kopf in der Welt zu haben, etwa 605 Gefangene pro 100.000 Bürger, stand Dezember 2022. Seit mehr als 30 Jahren haben brutale transnationale Gangs wie MS-13 und Barrio-18 mit Straflosigkeit Erpressung, Mord, Entführung und Vergewaltigung eingesetzt, um die Kontrolle über das Leben von Millionen von Salvadorianern zu erlangen. Aber das ist Geschichte. Jetzt wird jede Person, die auch nur im Verdacht steht, auf irgendeine Weise an Bannenaktivitäten beteiligt zu sein oder diese zu unterstützen, wahrscheinlich in einem der gefährlichen und überfüllten Gefängnisse des Landes verschwinden, wo sie auf unbestimmte Zeit festgehalten werden könnte, ohne jemals das Innere eines Gerichtssaals zu sehen. El Salvadors Regierung hat beschlossen, eine deutliche Botschaft an die Landesbanden zu senden. Nicht unter meiner Aufsicht. Also, wie sind wir hierher gekommen? Dieser Strategiewechsel und die harten dahinterstehenden Politiken können auf einen Mann zurückgeführt werden, Präsident Nayib Bukele, der nach seinem Amtsantritt im Jahr 2019 versprach, drei Jahrzehnte unkontrollierten Bandenterrorismus umzukehren. Er hat versucht, seinem Wort treu zu bleiben, vor allem durch den totalen Abnutzungskrieg gegen El Salvadors berüchtigtste kriminelle Organisationen, eine Schlacht, die offiziell im März 2022 begann, nachdem 78 Menschen innerhalb von drei Tagen von MS-13 ermordet wurden. Bukele hat seitdem mehrere umstrittene Strategien eingesetzt, um den Banden entgegenzuwirken, darunter die Aussetzung spezifischer Verfassungsrechte wie das Recht auf ordnungsgemäßes Verfahren und Verteidigung vor Gericht und die Verhängung eines landesweiten Ausnahmezustands. So schwerfällig sein Ansatz auch gewesen sein mag, die Ergebnisse, die er erzielt hat, scheinen jedoch für sich selbst zu sprechen. Mit einer Zustimmungsrate, die konstant um 90 Prozent schwankt, gilt Bukele weithin als der beliebteste Präsident in Lateinamerika. Vielleicht, weil er erfolgreich das scheinbar Unmögliche vollbracht hat, das internationale Image von El Salvador zu reparieren und den organisierten Verbrechen den Krieg zu erklären, nachdem er stark mit Versprechen aufgetreten ist und ganze Stadtviertel zurückgewonnen hat, indem er den Einfluss und die Präsenz von... Aber bevor wir die ehrgeizigen, halbautoritären Motive des Präsidenten verstehen können, Krieg gegen die Banden zu führen, müssen wir uns zuerst fragen, Wer ist Nayib Bukele und wie wurde er der jüngste Präsident von El Salvador? Nun, bevor Bukele im Alter von nur 37 Jahren als Präsident vereidigt wurde und seine fünfjährige Amtszeit als jüngster Staatschef in Lateinamerika begann, wuchs er in der Hauptstadt San Salvador auf, meist als privilegierter Außenseiter. Bukeles Vater, ein muslimischer Geschäftsmann palästinensischer Abstammung, besaß eine PR-Agentur und war eine prominente Figur in der Hauptstadt des Landes. Er war bekannt dafür, unter anderem die erste McDonalds-Filiale des Landes zu gründen. Er war ein praktizierender Polygamist mit sechs Ehefrauen. Es ist also vielleicht selbstverständlich, dass Bukele in einer großen Familie mit drei Brüdern und sieben Halbgeschwistern aufwuchs. Bukele besuchte als junger Mann eine zweisprachige Privatschule, was seine gute Englischkenntnisse erklärt und wo seine wohlhabenden Altersgenossen seinen Ehrgeiz und konservative Familienwerte teilten. Als junger Mann verließ Bukele das College, um einen Nachtclub in San Salvador zu leiten, bevor er die Leitung der PR-Firma seines Vaters übernahm und in die Politik eintrat. Einige Jahre später, 2011, startete Bukele eine selbstfinanzierte Kampagne zur Bürgermeisterwahl von Nuevo Cuscatlan, einem Teil von San Salvador und gewann mit weniger als 2% Vorsprung. Bestrebt, politisch aufzusteigen und von seiner Partei, der Farabundo Martí National Liberation Front, einer der beiden großen Parteien, die während des Bürgerkriegs in El Salvador entstanden, ermutigt, zielte Bukele auf das Bürgermeisteramt von San Salvador ab, ein Posten, der oft als Sprungbrett zur Präsidentschaft gesehen wird. Aber zu diesem Zeitpunkt spürte er bereits seinen wachsenden individuellen Einfluss. Er entschied sich, die Partei von seinem Wahlkampf fernzuhalten, suchte Unterstützung bei Familienmitgliedern und alten Freunden und trat 2015 als unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisterrennen an, was ihm erlaubte, Anti-Establishment-Gefühle anzusprechen und eine diverse Anhängerschaft zu gewinnen. Bukele, geboren 1981, ist an der Grenze zwischen Gen X und Millennial und kam, anders als viele ältere Vorgänger und Gegner, in der Ära des Internets und der sozialen Medien an die Macht. Daher konnte Bukele traditionelle Medien umgehen, ein großes Publikum erreichen und sich als freidenkender Wahrheitssprecher präsentieren, der bereit ist, die politische Landschaft zu verändern und gegen den Status quo vorzugehen. Dieses Image bestätigte er vollständig, als er sich entschied, der Fagabundo Marti National Liberation Front den Rücken zu kehren. Es bräuchte mehr als eine Twitter-Abfuhr, damit die Fagabundo Marti National Liberation Front die Partei der beiden vorherigen Präsidenten, Bukele, offiziell ausschließt. Es half auch nicht, dass Bukele bereits den Ruf entwickelt hatte, erforderliche Genehmigungen zu übersehen und Zonenregelungen in seiner Verwaltung zu missachten. Er wurde jedoch beschuldigt, während einer Stadtratssitzung einen Apfel auf den Rechtsdirektor des Rates geworfen zu haben, den er direkt der Verschwörung mit seinen Kritikern gegen ihn bezichtigte. Trotz der Ereignisse, die zu Bukeles Parteiausschluss führten, bestand sein Wunsch, für das Präsidentenamt zu kandidieren, weiterhin unabhängig von der Parteiunterstützung. Schließlich wurde er aus der Partei ausgestoßen, was ihm letztlich zugute kam, da er nun seine Präsidentschaftskandidatur und die Gründung seiner neuen Partei, Nuevas Ideas, offiziell verkünden konnte. Mit seiner neuen Freiheit entwickelte Bukele eine Widerstandsfähigkeit gegen Kritik an seinen Politiken und seiner Führung. Er sah persönliche Angriffe als ungerecht an und arbeitete daran, eine alternative Medienlandschaft zu gestalten, die ihm freundlicher gesinnt war. Eine, die aus Fernsehprogrammen, einem Netzwerk von Twitter-Trollen, einer Armee von YouTubern und mehreren Publikationen bestand, die auf Facebook günstige Geschichten veröffentlichten. Und ob es von Anfang an seine Absicht war oder nicht, ist schwer zu sagen. Aber indem er sich öffentlich von einer der großen politischen Parteien des Landes abwandte, konnte er sich als einsamer Krieger positionieren, der gegen politische Korruption kämpft, eine Haltung, die er deutlich machte, als er begann, den Wahlkampfslogan zu verwenden Es gibt genug Geld für alle, solange niemand stiehlt. Am Ende ging Bukeles ethisch fragwürdige Strategie auf und im Februar 2019 gewann er mit 53% der Stimmen die Präsidentschaft und trat eifrig in das politische Vakuum ein, das von den beiden nun diskreditierten historischen Parteien des Landes hinterlassen wurde. Bukeles' schneller Aufstieg von einem Bürgermeister einer Kleinstadt zum Bürgermeister der Hauptstadt und schließlich zum jüngsten Präsidenten, den das Land je hatte, markiert ein neues Kapitel in der turbulenten politischen Geschichte El Salvadors. Oder so schien es zumindest. Trotz Bukeles' hauptsächlich antikorrupter Plattform nahm seine Regierung schnell einen stark autokratischen Charakter an. Insbesondere nach den legislativen und kommunalen Wahlen zwei Jahre später, bei denen Nuevo Tideas 56 von 84 sitzen in der Legislativversammlung und 152 von 262 Bürgermeisterämtern in El Salvador gewann. Die Wahlen wurden allgemein als frei und fair angesehen, aber es war dennoch ein Erdrutschsieg, der Bukele effektiv die Kontrolle über den Kongress des Landes gab. Doch wer ist Bukele wirklich? Ist er das echte Angebot, ein Verfechter des Wandels oder einfach ein politischer Opportunist mit unausgefüllten Versprechen? Nun, er hat er es sicherlich geschafft, Kontroversen zu erzeugen und eine ernsthafte Menge an Hype zu generieren. Bukeles Beliebtheit scheint trotz Verstärkung durch eine umfassende Propagandakampagne auch auf konkreten, positiven Resultaten zu beruhen. Seine zahlreichen Initiativen, darunter die Handhabung der Corona-Pandemie, die Beteiligung an öffentlichen Infrastrukturprojekten, das Streben nach einer Erhöhung des Mindestlohns und das Erhalten niedriger Benzinpreise, waren weit verbreitet und erfolgreich. Noch bedeutsamer ist vielleicht, dass er bei Millionen Salvadorianern ein Gefühl von Hoffnung und nationalem Stolz entfacht hat, einen vorsichtigen Optimismus, der auf der Vorstellung basiert, dass El Salvador endlich vorankommt. Aber vielleicht der größte Schub für Bukeles Beliebtheit und was sehr gut sein Vermächtnis als Präsident sein könnte, ist der Krieg, den er weiterhin gegen die tödlichsten Gangs des Landes führt. Für viele Lateinamerikaner ist Ganggewalt ein bedeutender Teil des Alltags. Erpressung, Entführung, Mord, Schmuggel und Brutalitäten haben seit den späten 90ern aufgrund der nach dem Bürgerkrieg zurückgebliebenen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Instabilität angedauert. In den letzten Jahrzehnten hat jeder salvadorianische Präsident mit dem Problem der Bandengewalt zu kämpfen gehabt. Eine vorige Regierung implementierte die Mano Dura oder starke Handpolitik, die das Aussenden von Soldaten in arme Viertel zur Festnahme mutmaßlicher Bandmitglieder vorsah, was die Gefängnisse des Landes füllte. Eine andere Regierung setzte etwas um, das als Super Mano Dura bezeichnet wird und Sie können wahrscheinlich erraten, wie das aussah. Dann kam jedoch Nayib Bukele, der als Bürgermeister von San Salvador ironischerweise solche aggressiven Polizeitaktiken kritisierte, sie als unpraktisch und unmoralisch bezeichnete. Nun, all das änderte sich innerhalb von drei Tagen, als Mitglieder der MS-13 in einer grausamen Mordserie 87 Menschen töteten, die das Land schockierte. In El Salvador war Bandengewalt schon immer ein Problem, aber das war anders. Diesmal waren hauptsächlich unschuldige Zivilisten ohne Bandenzugehörigkeit die Opfer und die Botschaft der Morde war speziell an Bukele gerichtet. Zwei Theorien erklären, warum Banden versuchten, Bukele einzuschüchtern. Der neu ernannte Präsident hat angekündigt, die bandenbezogene Kriminalität stark zu reduzieren, um das Image von El Salvador im Ausland zu verbessern. In dem Bestreben, ihre Macht zu demonstrieren, begannen MS-13 Mitglieder, Menschen zu töten, hinterließen mindestens eine Leiche auf dem Weg zu Surf City, einem Küstenbereich, den Bukele renoviert und umbenannt hatte, um internationale Touristen anzulocken. Die andere Theorie ist ein bisschen komplizierter, wenn nicht so real. Laut diversen Quellen, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, Gemäß mehreren Quellen, einschließlich der US-Botschaft in El Salvador, dem US-Finanzministerium und der Online-Zeitung El Faro aus San Salvador, haben im Jahr 2020 zu Beginn von Bukeles Amtszeit mindestens zwei Regierungsbeamte direkt mit den Anführern der beiden größten Gangs El Salvadors, MS-13 und Barrio-18 verhandelt und einen vorläufigen Waffenstillstand hergestellt. Der Leiter des salvadorianischen Strafsystems, Osiris Luna Mesa und Carlos Amilcar Marroquín Chica, Leiter der Einheit zur Wiederherstellung des sozialen Gefüges, stehen unter Verdacht, geheime Treffen mit inhaftierten Gangführern organisiert und einen geheimen Waffenstillstand geschlossen zu haben. Die Gangführer stimmten zu, politische Unterstützung zu leisten und die Mordrate zu senken, im Austausch für staatlichen Schutz vor Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika, bessere Behandlung inhaftierter Mitglieder und finanzielle Anreize. Angeblich bekamen einige inhaftierte Gangführer spezielle Behandlungen, darunter Zugriff auf Handys und Prostituierte. Obwohl es starke Beweise gab, als die Nachricht über diese Verhandlungen im August 2020 bekannt wurde, leugneten Bukele und sein Büro vehement, dass ein solcher Deal jemals abgeschlossen wurde. Viele fragen, warum ein MS-13-Sprecher öffentlich behaupten würde, dass ihre dreitägige Mordserie, welche mindestens 87 Menschen tötete und die nationale Sicherheit beeinträchtigte, eine Reaktion der Gang auf die Regierung war, welche ihren 2,5-jährigen Waffenstillstand brach, indem sie Gangführer zu einem Treffen einlud und dann festnahm. Ob geheimer Waffenstillstand oder nicht, Bukele zeigte, dass er nicht eingeschüchtert werden würde. Die Legislative Versammlung setzte im März 2022 kurz nach den Morden einen 30-tägigen Ausnahmezustand in Kraft. Dies gab den Behörden die Befugnis, verdächtige Bandenmitglieder festzunehmen und ohne Prozess auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Das Treffen in Gruppen über zwei Personen außer für religiöse Dienste, Sportereignisse oder kulturelle und wirtschaftliche Treffen wurde auch für mehrere Monate strafbar. Die Legislative Versammlung modifizierte das Strafgesetzbuch, um 10 bis 15 Jahre Haft für Personen zu ermöglichen, die wegen Produktion oder Übertragung von visuellen Inhalten über Bandenaktivitäten verurteilt wurden. Zudem könnten alle Minderjährigen, die in Bukeles Kampf gegen die Banden involviert sind, als Erwachsene angeklagt werden. Für viele klingt das übermäßig hart, bestenfalls unterdrückend und im schlimmsten Fall autokratisch. Es ist wahr, viele unschuldige Menschen landen im Gefängnis, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Aber so unangenehm es auch sein mag, wir können nicht ignorieren, dass diese radikalen Veränderungen auch greifbare Ergebnisse gebracht haben. Es war bekannt, dass vor Bukele Bandenmitglieder jeden anhielten, der in fremden Bandengebieten lebte, unabhängig vom Grund oder ob sie öffentliche Verkehrsmittel nutzten. Die Menschen mussten einen Regierungsausweis vorzeigen, um ihre Adresse zu bestätigen. Falls sie in einem rivalisierenden Bandengebiet lebten, konnten sie abgewiesen, geschlagen oder sogar getötet werden. Unternehmen mussten Bestechungsgelder zahlen, um in bestimmten Bandengebieten tätig zu sein. Aber als Bukeles 30-tägiger Ausnahmezustand immer wieder verlängert wurde und die Bandenaktivität im ganzen Land weiter abnahm, hat die Bewegungsfreiheit für Zivilisten stetig zugenommen. Obwohl der Ausnahmezustand keine spezifischen Reisebeschränkungen beinhaltete, warnte Bukele vor dessen Genehmigung, dass er temporäre Schließungen in einigen Gebieten mit sich bringen könnte. Dies beschränkte meist durch Regierungssicherheitskräfte und Polizei den Zugang zu bestimmten einkommensschwachen Gemeinden, die als Brennpunkte für Bandenaktivitäten bekannt waren. Jetzt, mehr als anderthalb Jahre nach dem Ausnahmezustand in El Salvador, der hauptsächlich durch weitreichende Verhaftungen, übermäßige Gewalt, den Abbau vieler bürgerlicher Freiheiten und fortgesetzte Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet war, bleibt Bukele unerschütterlich dabei, dass dies immer Teil seines Erfolgsrezepts war. Sein Plan, so hat er gesagt, war immer davon abhängig, von etablierten Strategien abzuweichen, um voranzukommen, trotz Kritik, selbst als Vertreter der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ihn wegen einiger seiner fragwürdigeren Aktionen als Präsident kritisiert haben, hauptsächlich seine absichtliche Manipulation der Verfassung des Landes, die ihn daran gehindert hätte, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Bukeles übliche Reaktion auf die Intervention ausländischer Regierungen war, den Vereinigten Staaten von Amerika und der EU zu signalisieren, dass es nicht ihr Anliegen ist und gleichzeitig zu betonen, dass El Salvador auf der Weltbühne eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Bukele sagte, El Salvador habe seit Jahrzehnten getan, was andere Nationen für das Beste hielten. Unter dem Schutz fremder Mächte übergab die Regierung das Land an die Rechte. Die Macht wurde unter dem Schutz externer Agenten an die Linke übergeben. Das Ergebnis dieses Hin und Her waren lediglich mehr Armut und Gewalt, während Systeminstitutionen und Gesetze im Grunde unverändert blieben. Trotz Bukeles autokratischem Präsidentschaftston hat sein territorialer Kontrollplan seit Mitte 2019 die Mordrate in El Salvador halbiert und eine breite öffentliche Unterstützung mit 95 Prozent Zustimmung der Salvadorianer zu den neuen Sicherheitsmaßnahmen gewonnen. Da die Gangs seit langem große Teile des Landes kontrollieren und Geld für die Erlaubnis selbst der grundlegendsten wirtschaftlichen Aktivitäten verlangen, hat dies die Durchgreifaktion weitgehend populär gemacht. Bisher hat Bukeles Kampf gegen die Gangs Kontrollpunkte, sporadische Befragungen und massive Razzien beinhaltet. Kürzlich breitete sich eine Armee von etwa 1000 Polizisten und 7000 Soldaten über die Provinz Cabanas aus und richtete Kontrollpunkte auf allen Zufahrtsstraßen ein. Es gab viele andere solche Überfälle, an denen Tausende von Truppen und Beamten beteiligt waren, aber dieser Jüngste folgte auf einen Angriff auf ein Polizeipatrouillenfahrzeug, bei dem zwei Beamte verletzt wurden. In früheren Überfällen trieben Regierungstruppen und Polizei große Menschenmassen zusammen, oft lediglich basierend auf ihrem Aussehen und Wohnort. Es wurden auch Massenanordnungen durchgeführt, bei denen Richter gleichzeitig mit 50 bis 500 Angeklagten konfrontiert wurden. Leider wurden bei diesen umfassenden Urteilen Dokumente und andere Beweise, die für den Charakter der Angeklagten sprechen könnten, regelmäßig ignoriert. Nicht nur hat der Kongress von El Salvador aufgrund der steigenden Verhaftungszahlen und zehntausende von ausstehenden Prozessen begonnen, Massenverfahren zu erlauben, was bei verschiedenen Menschenrechtsgruppen Alarm ausgelöst hat. Es ist eine fragwürdige Praxis, die auch den Bau eines neuen Hochsicherheits-Mega-Gefängnisses erforderte, das Platz für 40.000 Insassen bietet. Die Errichtung des Gefängnisses, offiziell CECOT, und Bukeles kontinuierliche Bemühungen, es zu befüllen, haben zu ernsten Bedenken wegen Menschenrechtsverletzungen geführt. Die Zellen sind innerhalb der acht Hauptblöcke in Module unterteilt. Jedes Modul hat zwei Toiletten und Waschbecken, deren Wasser von außen stehenden Wachen kontrolliert wird, und 80 Kojen ohne Matratzen für über 100 Insassen, was jedem Gefangenen etwa 0,6 Quadratmeter Platz bietet. Im CECOT erhalten Gefangene keine Besucher. Es gibt kaum Rehabilitationsprogramme, Workshops oder Bildungsprogramme. Und ab Juli 2023 war Bukeles neues Mega-Gefängnis Heimat für mehr als 12.500 Insassen. Vor dem Durchgreifen waren die meisten der berüchtigt gewalttätigen und unterfinanzierten Gefängnisse in El Salvador bereits zu 120 Prozent ausgelastet. Unter der Sanchez-Seren-Administration waren die Gefängnisse von Notstandszuständen betroffen, bei denen die Gefangenen 24 Stunden am Tag eingesperrt waren, ohne Zugang zu Anwälten und Gesundheitsversorgung und konnten nicht an ihren Prozessen teilnehmen. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Bedingungen im CECOTT sich als besser erweisen. Von noch größerer Sorge ist jedoch, dass Hunderte, vielleicht sogar Tausende unschuldige Personen während Bukeles anhaltendem Ausnahmezustand aufgegriffen wurden, von denen viele in das zunehmend fehlerhafte Strafjustizsystem des Landes verschwunden sind. Diese Situation hat dazu geführt, dass Tausende von neuen Gefangenen in Haft warten, oft unter überfüllten oder unmenschlichen Bedingungen, während ihre Prozesse Jahre dauern, in denen viele gestorben sind. Viele Salvadorianer und internationale Beobachter stellen sich angesichts dieser Ungerechtigkeiten die Frage, ob Bukeles eiserne Faust oder die jahrzehntelange gewalttätige Gang-Unterdrückung schlimmer ist. Jetzt, da wir das Leben unter Bukele besser verstehen, wie war das Leben unter den Gangs? Seit den späten 90ern haben gewalttätige Gangs ihren Einfluss auf die Bürger von El Salvador erzwungen, aber sie haben nicht dort angefangen. Die Ursprünge von MS-13 und Barrio-18 können tatsächlich auf ein Los Angeles zurückverfolgt werden. In den 80er Jahren während einer Massenmigration, als Hunderttausende Salvadorianer vor dem Bürgerkriegsgewalt nach Norden flohen, fühlten sich viele verwaiste oder mittellose Jugendliche nach ihrer Ankunft in Amerika verloren. Viele wurden ins Kriminalitätsleben gezogen, wo schwarze, asiatische und mexikanische Gangs um Einfluss, illegale Drogenmärkte und Territorium kämpften. Die MS-13 oder Mara Salvatrucha entstand innerhalb der salvadorianischen Einwanderergemeinschaft als lokale Straßengang im Viertel Pico Union. Sie bestand hauptsächlich aus jungen, delinquenten Heavy-Metal-Enthusiasten, die von Rassenintoleranz und Verfolgung genug hatten. Der Name Mara Salvatrucha repräsentiert die salvadorianischen Wurzeln seiner Gründungsmitglieder, wobei Mara eine Gang in Zentralamerika und Salvatrucha eine salvadorianische Identität bedeutet. Das ursprüngliche Ziel der MS-13 in den Anfangstagen, angetrieben von dem Wunsch, ihre Gemeinschaft zu schützen, war es, sich und andere salvadorianische Einwanderer vor den etablierten LA-Gangs zu schützen. Für viele Jahre agierte die MS-13 auf kleinem Maßstab und war vorwiegend in lokale kriminelle Unternehmungen und Straßengewalt involviert. Aber in den 90ern gab es eine bedeutende Veränderung. 1996 verabschiedete die Clinton-Administration ein Gesetz, das die Abschiebung von Nichtbürgern vorschreibt, die Strafen für Verbrechen von mehr als einem Jahr verbüßen, um ihre strenge Einwanderungs- und Kriminalitätspolitik zu demonstrieren. Zehntausende von jungen Menschen wurden repatriiert, hauptsächlich junge Männer aus Guatemala, Honduras und El Salvador, von denen viele mit Gangs in Verbindung standen. 1996 erweiterte Kalifornien deutlich den Rahmen für abschiebbare Straftaten. Manchmal führte eine Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer oder geringfügigem Abschiebung einer Person unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie zu erwarten gab es eine Reihe von Problemen mit diesem Ansatz. Die Vereinigten Staaten von Amerika begannen, große Mengen gewalttätiger Straftäter abzuschieben, ohne die Heimatregierungen über Identitäten oder Verbrechen zu informieren. Viele dieser Personen hatten auch den Großteil ihres Lebens in den Vereinigten Staaten von Amerika verbracht und hatten daher in ihrem Herkunftsland kaum oder gar keine Verbindungen. Dies war ein bedeutender Punkt in der Geschichte der lateinamerikanischen Gangs. Abgeschobene Mitglieder brachten Kultur, Struktur und Aktivitäten ihrer Gang nach Zentralamerika, was zur Ausbreitung von MS-13 nicht nur in El Salvador, sondern auch in Honduras, Guatemala und Mexiko führte. MS-13 wurde somit zu einem internationalen Phänomen. Mit zunehmender Präsenz wuchsen auch ihre kriminellen Aktivitäten von lokaler, straßenorientierter Kriminalität hin zu Drogenhandel, Menschenhandel, Erpressung, schwerer Körperverletzung, Mord und organisierten Attentaten. Mit der Zeit erwarb MS-13 weltweiten Ruhm und einen furchterregenden Ruf. Bis 2015 hatte El Salvador rund 60.000 Bandenmitglieder und 70 Prozent der Unternehmen waren Opfer von Erpressung, was laut Zentralreservebank von El Salvador zu jährlichen Verlusten von 4 Milliarden Dollar führte. Ganz zu schweigen davon, dass die Mordrate zu diesem Zeitpunkt höher gestiegen war als während eines Großteils des Bürgerkriegs. Trotz jahrelanger Polizeiarbeit gegen Bandenaktivitäten bleibt MS-13 eine gewaltige kriminelle Entität, dieses teils auf ihre dezentralisierte Befehlsstruktur zurückzuführen, die jeder Zelle oder Klicker autonome Handlungen ermöglicht und bedeutet, dass MS-13 keinen anerkannten Anführer hat. Barrio 18, El Salvadors zweitgrößte Gang Gang stammt auch aus dem Pico-Union-Gebiet von Los Angeles, aber mit einem bedeutenden Unterschied. Barrio 18 startete als Teil einer traditionellen mexikanischen Gang und öffnete sich schließlich für Nicht-Mexikaner, was besonders von Honduranern, Guatemalan und Salvadorianern angenommen wurde. Die sehr ähnliche Entwicklung von MS-13 und Barrio 18 wirft sicherlich eine Reihe von Fragen auf bezüglich der komplexen Schnittstelle von Einwanderung, sozialen Herausforderungen und dem Aufkommen von kriminellen Organisationen innerhalb marginalisierter Gemeinschaften. Das bedeutet, ob es uns gefällt oder nicht, dass ein Sieg über MS-13 oder eine ähnliche Gang fast sicher einen umfassenden Ansatz erfordern wird. Erstens die Gründe für die Gangbeteiligung, zweitens die Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen in der Region und drittens die Zerschlagung der Gangstruktur durch verbesserte Strafverfolgung. Aber das ist nicht alles. Um eine so etablierte Gang wie MS-13 oder Barrio 18 wirklich zu stürzen, muss noch etwas anderes getan werden. Es ist bekannt, dass Bandenmitglieder auffällige Tattoos und Handzeichen zur Identifikation und Demonstration ihrer Loyalität nutzen. Dies ist so bekannt, dass diese Merkmale quasi religiös geworden sind und gleichbedeutend mit der ungezügelten Gewalt und Degradierung, für die diese Banden berühmt sind. Daher ist es notwendig, die mit einer Bande verbundenen Bilder zu zerstören, um sie zu neutralisieren. Aus diesem Grund haben Soldaten und Polizisten in El Salvador inhaftierte Mitglieder von MS-13 zu Friedhöfen geführt und sie angewiesen, alle Grabsteine mit Bandeninsignien zu zerstören, Symbole, die jetzt illegal sind. Ein Wandel geschieht in El Salvador. Darüber besteht kein Zweifel. Einige könnten sogar behaupten, der Kampf gegen die Gangs sei gewonnen. Aber zu welchem Preis? Bukele hat bereits seine Absicht angekündigt, im nächsten Jahr erneut zu kandidieren, ein historisches Unterfangen, da es zuvor ein Verfassungsverbot für aufeinanderfolgende Amtszeiten gab. Das höchste Gericht des Landes entschied 2021 zugunsten von Bukele und die Möglichkeit seiner zweiten Amtszeit ist ein ernsthafter Diskussionspunkt geworden. Viele glauben, dass es kein Zufall ist, dass die Richter von einem von Bukeles Partei dominierten Kongress ernannt wurden. Die Frage ist jetzt, braucht El Salvador wirklich fünf weitere Jahre von Bukeles harter Herangehensweise? Viele könnten zustimmen, wenn es das Bandenproblem löst, aber andere vermuten, dass bei Fortsetzung seiner Aktionen die nächste Herausforderung des Präsidenten eine durch unrechtmäßige Verhaftungen und Masseninhaftierung verursachte Menschenrechtskrise sein wird. Bukeles hyperaggressiver Ansatz gegen Banden hat ihm hohe Zustimmungsraten und eine Kultanhängerschaft regionaler Politiker eingebracht, die seine harte Politik nachahmen wollen, um Wähler zu gewinnen. Trotz anhaltender dokumentierter Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen mit fast 200 Toten in staatlicher Obhut glauben viele, dass der 42-jährige Präsident wichtige Kontrollmechanismen des demokratischen Prozesses ignoriert. Viele glauben auch, dass die Hinzufügung von Massenprozessen nur die Anzahl der unschuldigen Menschen erhöhen wird, die eingesperrt werden und zur Verschlechterung der Gefängnisbedingungen beitragen wird. Doch El Salvador ist nicht allein bei dem Problem, seine Banden zu bekämpfen. Tatsächlich erleben viele Nationen, insbesondere Gewalt, Schießereien und Bombenanschläge im Zusammenhang mit Banden in einem Ausmaß, das noch nie zuvor gesehen wurde. Eine Eskalation der Bandengewalt hat sich von der Hauptstadt Haitis, Port-au-Prince, bis zu seinen beiden anderen großen Städten ausgebreitet, was in den letzten Monaten zu einer deutlichen Zunahme von Morden, Entführungen und sexueller Gewalt geführt hat. Seit 2021, nach der Ermordung von Präsident Jovenel Maes, wird Haiti von politischer Instabilität geplagt und als Folge davon haben die Banden ihre Macht weiter ausgebaut, bis sie über 80 Prozent des Großraums Port-au-Prince kontrollieren. Weil die Korruption auf so vielen Ebenen in Haiti endemisch bleibt, haben die Banden weiterhin straflos agiert. Da wäre zum Beispiel eine kürzliche Überprüfung der Richter und Staatsanwälte des Landes, etwa ein Drittel der bewerteten Personen verlor ihre Zertifizierung wegen mangelnder moralischer Integrität, ungültigen Qualifikationen oder unrechtmäßiger Freilassung von Kriminellen. Trotz erhöhtem Budget konnte die Polizei in Haiti nicht mit den Gangs fertig werden, aufgrund eines ständig abnehmenden Personalbestands durch Rücktritte, Entlassungen, Pensionierungen und dienstliche Todesfälle. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 verloren sie etwa 774 Beamte, also über 5 Prozent ihrer gesamten Streitkraft. Derzeit hat Haiti, ähnlich wie El Salvador, ernsthafte Probleme im Zusammenhang mit Masseninhaftierung, da über 80 Prozent ihrer aktuellen Gefängnisbevölkerung in Untersuchungshaft sind, die meisten unter alarmierenden Bedingungen. Ein weiteres Land, das zu kämpfen scheint, ist Honduras. Die aktuelle Präsidentin Xiomara Castro hat, inspiriert von Bukile, den Krieg gegen bandenbezogene Erpressung ausgerufen, ein ernstes Problem, das ihrer Ansicht nach wirtschaftliche Stagnation und Gewalt fördert und viele Honduraner zur Auswanderung zwingt. Aber wie in den meisten Kriegen war dies ein Kampf gegen einen Feind und um die Kontrolle der populären Erzählung. Die honduranische Regierung kämpft gegen Vorwürfe, nicht genug gegen Kriminalität getan zu haben. Viele verzweifelte Honduraner fordern extreme Maßnahmen und scheinen bereit, einige ihrer verfassungsmäßigen Rechte für Sicherheit einzutauschen. Deshalb scheint Bukiles Siegesstrategie, um jeden Preis und die daraus resultierenden positiven Ergebnisse in Honduras Anklang gefunden zu haben. Trotz einiger Ähnlichkeiten ist die Sicherheitslage in El Salvador jedoch anders als in Honduras, das ein viel größeres Territorium, eine höhere Bevölkerung, größere Armut und eine vielfältigere Gruppe von kriminellen Gruppen hat. Honduras schien zu einem Zeitpunkt unter Berücksichtigung bestimmter Unterschiede dem Beispiel Nicaraguas folgen zu wollen. Nicaraguas gemeinschaftsbasierter Polizeiansatz führte zu jahrelang niedrigen Kriminalitätsraten und minimaler Bandenpräsenz, bis die Regierung einen ähnlichen Ansatz wie El Salvador wählte und die Polizei in eine repressive Militärmacht umwandelte. Honduras unternahm nach der Ankündigung eines Gemeindepolizeimodells Schritte zur Entmilitarisierung seiner öffentlichen Sicherheitskräfte, um das Vertrauen in eine historisch korrupte Institution zu stärken. Dennoch waren die potenziellen politischen Gewinne durch die Nachahmung von Bukeles Ansatz zu verlockend, so dass Honduras im Dezember 2022 seinen eigenen Ausnahmezustand erklärte. Dieser erlaubt die Aussetzung bestimmter verfassungsmäßiger Rechte und die Inhaftierung von verdächtigen kriminellen Verhaltens und wurde seitdem mehrfach verlängert. Aber es sind nicht nur Entwicklungsländer, die Probleme haben. British Columbia erhielt kürzlich über 54 Millionen Dollar Bundesmittel zur Bekämpfung des wachsenden Waffengewalt-Problems. Die Mittel sind Teil der 390 Millionen Dollar Investition der Regierung in eine Reihe von landesweiten Programmen zur Verhinderung von Waffenkriminalität und Bandengewalt. Der gesamte Betrag wird in den nächsten fünf Jahren als Teil der 2017 eingeführten Initiative zur Bekämpfung von Waffen- und Bandenkriminalität bereitgestellt. Die Sorgen um Banden sind in BC weitergewachsen, da der zehn Jahre alte Lower Mainland Gang Konflikt, ein Bandenkrieg, der aus einem lokalen Streit hervorging, der im Stadtteil Townline Hill in Abbotsford begann, sich auf die gesamte Provinz ausweitete. Als Banden, die einst im Raum Vancouver zentriert waren, begannen, sich in der Provinz zu bewegen, ihr Drogengebiet auszuweiten und dadurch Gewalt zu verbreiten. Und als weiteres Beispiel nehmen wir Dänemark. Um die steigende Bandenkriminalität zu bekämpfen, hat die Regierung kürzlich ein neues Paket mit 39 Anti-Banden-Maßnahmen vorgestellt. Dazu gehören strengere Vorschriften für Jugendliche und ein Appell an die Familien, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Paket umfasst strengere Strafen für Bandenmitglieder, weitere Polizeiinstrumente und Maßnahmen zur Verhinderung der Bandenrekrutierung von Jugendlichen. Dies war ein besonders wichtiges Anliegen für die dänische Regierung. Die unverfrorene Rekrutierung von Kindern durch Banden und deren aktive Beteiligung an Verbrechen war erschütternd. Schießereien und Messerstechereien sind problematisch geworden, daher richten sich viele neue Maßnahmen gegen den Einsatz gefährlicher Waffen, einschließlich höherer Strafen für Bandenmitglieder, die Messer zur Gewaltanwendung verwenden und strengeren Strafen für Messerbesitz. Die dänische Regierung hat auch härtere Strafen für Wirtschaftsverbrechen und sogenannte Demütigungsgewalt festgelegt, die als emotionale Misshandlung definiert ist, die darauf abzielt, bei den Opfern ein Gefühl der Scham oder Wertlosigkeit zu erzeugen. Aber Dänemark ist nicht das einzige skandinavische Land, das Probleme hat. Historisch gesehen ist Schweden, eines der friedlichsten Länder der Welt, in jüngster Zeit einer Welle von Bandengewalt ausgesetzt, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat. Schweden verzeichnete 2022 über 60 Tote bei Schießereien, die höchste jemals registrierte Zahl, und könnte diesen Rekord 2023 erreichen oder übertreffen. Medienberichte verknüpfen den jüngsten Gewaltanstieg mit einer Fede zwischen Rivalen der kriminellen Bande Foxtrot oder dem Foxtrot-Netzwerk, dem Hauptlieferanten illegaler Drogen in Schweden. Und es scheint, dass Schwedens Premierminister Ulf Christasson gerade genug hat, er traf sich kürzlich mit dem Chef des Landesmilitärs, um zu besprechen, wie sie zusammenarbeiten könnten, um diesen beispiellosen Anstieg von Schießereien und Bombenanschlägen einzudämmen. Schweden konnte jahrelang sein relativ kleines Problem mit Bandengewalt bewältigen. Aber jetzt, mit fast täglichen Vorfällen und vielen der Opfer, die Teenager und unschuldige Passanten sind, ist die Eskalation der Bandengewalt unmöglich zu übersehen. Die schwedische Regierung hat als Reaktion auf die Veränderungen in der Kriminalität des Landes begonnen, ihr Strafgesetzbuch zu überarbeiten. Ziel ist es, die Polizei und Machtbefugnisse auszuweiten, längere Haftstrafen zu ermöglichen und einen verbesserten Zeugenschutz zu gewährleisten. Premierminister Christasson betonte die Notwendigkeit rechtlicher Reformen und erklärte, schwedische Gesetze seien nicht für Bandenkriege und Kindersoldaten ausgelegt. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist bekannt, dass Schwedens Banden Jugendliche aus benachteiligten Einwanderervierteln rekrutieren, was unweigerlich Fragen zu Schwedens historisch-liberaler Einwanderungspolitik aufwirft. Schwedische Gesetzgeber haben letztes Jahr die Einwanderungsgesetze verschärft, in der Hoffnung, die ansteigende Kriminalität und andere soziale Probleme im Land zu verringern. Dies markiert einen drastischen Wandel für das Land, da Schweden neben Deutschland lange Zeit für andere europäische Nationen hervorstach, indem es bereitwillig Hunderttausende von Asylsuchenden aus dem Nahen Osten und Afrika willkommen hieß. Die von Christersens Mitte-Rechtsregierung, die letztes Jahr an die Macht kam und einen harten Kurs gegen Kriminalität versprach, umgesetzte neuen Politiken haben leider wenig zur Eindämmung der Gewalt beigetragen. Dänische Führer haben darauf hingewiesen, dass viele Gangs des Landes aus jungen Menschen mit Minderheitshintergrund bestehen, die nach Integrationsproblemen gezwungen waren, Gemeinschaft und Sicherheit anderswo zu suchen. Die Tatsache, dass Bandengewalt und Einwanderung komplexe Themen sind, die seit langem miteinander verflochten sind, kann wirklich nicht unterschätzt werden. Das bedeutet, verschiedene soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren müssen berücksichtigt werden, um diese Themen wirklich zu verstehen. Drastische Änderungen in der Einwanderungspolitik und die Stigmatisierung von Einwanderergemeinschaften werden das Problem nur weiter verkomplizieren. Menschen migrieren oft, um Gewalt, Armut oder politische Instabilität zu entkommen und bessere Wirtschaftsaussichten zu suchen, trotz Hindernissen für die soziale und wirtschaftliche Integration. Deshalb wird ein umfassender Ansatz erforderlich sein, um diese Probleme effektiv anzugehen. Ein Ansatz, der Gangbeteiligung bekämpft, soziale und wirtschaftliche Integration unterstützt und inklusive Politiken fördert, um Einwanderern zu helfen, in ihren neuen Gemeinschaften zu gedeihen. Denn leider sind junge Menschen mit begrenzten Möglichkeiten, die in benachteiligten Vierteln leben, derzeit Hauptzielgruppen für die Anwerbung von Gangs. Ausweitende oder aufkommende Drogenmärkte haben in vielen westlichen Ländern zu vermehrten territorialen Streitigkeiten geführt, wodurch der Kreislauf der Gewalt fortgesetzt wird. Denn bei steigender Nachfrage nach illegalen Drogen in einer Region wächst auch der Konkurrenzkampf um die Kontrolle des resultierenden Marktes. Es scheint, dass eine angemessene Lösung dieses Problems einen ganzheitlichen Ansatz benötigt. Einen, der sowohl territoriale Streitigkeiten als auch die steigende Nachfrage nach illegalen Drogen angeht. Aber wir würden gerne deine Meinung zu diesem Thema hören. Ist Bukeles strenge Methode die einzige Lösung gegen Bandengewalt? Wie hängen Einwanderung und Bandenbeteiligung zusammen? Besteht ein Zusammenhang zwischen vermehrter Bandenaktivität und illegaler Drogennachfrage? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, siehe dir unser Video über die unentrinnbare Geografie von Alcatraz oder ein anderes über eine noch schlimmere Insel an. Danke fürs Zuschauen!